Was machen Sie da? Ich teste die anderen. Sie testen? Testen Sie hauptberuflich oder? Ja, da kann man mich auch mieten. Mieten? Standmieter oder Provision? Es tut so weh im Nacken, weil da kam ein Riesenpumpen rein. Im Nacken. Ich mag es. Wird schön klein. Das wäre auch eine schöne Einschlaube. Da sind schon so aus. Musik Die brennen doch ganz schön lang, aber. Ja, genau. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hättest du den auch in der Hand? Ne. Was ist das? Der Vulkaner? Nie. Feuerfall? Ich nichts lesen, war zu dunkel. Feuerfall? Ja, genau. Soll ich mit der Hand halten, ja? Ja, bestimmt. Das will ich sehen. Warum? Was macht die? Siehst du doch. Die ist gut. Das war's doch schon. Das war's, das 1, oder? Ja. Tschüss, Jungs. Was passiert, ob sie im Untergrund mit dem Bodenwirbel? Keine Ahnung. Du willst doch hinten nicht dahin gehen, oder? Was machst du denn da? Ja. Ist das von Pyroland? Nee, das ist von Katar. Die sind ja wie von X-Plus. Ja, aber auch Katar nur in Kat 1. Und sieh gar nichts. Hallo. Hallo. Ups. Die Nähe ist, ich hab'n eingelegt. Mensch, fühlt sich an, wie ist der Wester so? Jetzt reiß ich schon um Angebote. Na ja, vorhin hast du dich schon ein bisschen verbrannt. Weißt du noch? Nee, das war ja bei der Sahike. Ach stimmt, du hast ja nicht wahrgenommen. Aber ich kann dir noch was in der Sahike geben. Aus gut? Ich glaub, das ist ja gut aus. Warte, wir machen schnell noch eben, bevor der Probe aus ist. Da geht genau in meiner Richtung auf. Da geht genau in meiner Richtung auf. Da geht genau in meiner Richtung. Ja, da geht genau in meiner Richtung.